Hallo und herzlich willkommen zu dieser schönen Folge Transport Fever. Wir wollen mal gucken, wie viel hier anstehen. 18 Leute. Hammer. Wie viel könnt ihr hier überhaupt mitfahren? 50. Auch wenn 50 mitfahren, könnt ihr ja trotzdem hier nochmal ein paar Leute kaufen. Wir haben hier mal einen blauen. Einen blauen. Dann so einen roten. Rot ist ja normal schon, aber wir können trotzdem so einen dunkelroten machen. Zack Zack. Ach nee, nicht Schiff kaufen, sondern hier Linie zuweisen. Zack. Na, hier hinten können sie nicht weiter ran. Das geht schon gut. Vielleicht wenn wir jetzt dieses Örtchen dann ja hinten mit diesen Örtchen verbinden, können wir ja auch erstmal Nahverkehr machen heute. Nahverkehr in Beltheim. Nahverkehr in Beltheim. So. Hm. Wie machen wir das? Den So fahren lassen von hier. So einmal quer durch. Eigentlich am Besten, wenn wir den einmal quer durch fahren würden lassen. Null Segment. Mal kurz näher ran hier. Ach, da ist schon so eine Straße. Okay. Krümmung so groß. Machen wir so. Einmal hier und einmal hier hinten. Dann hier so. Zack. Dann stellen wir hier ein paar Busseitestellen drauf. Einmal. Einmal. Zweimal. Mal wieder rauszoomen. Genau. Hier. So. So. Und hier. Zack. Eine neue Linie. Von hier. Nach da. Nach da. Nach da. Nach da. Nach da. Und nach hier hinten. Wieder hier zurück. Da hin. Und da hin. Und das ist die Linie. Und das ist die Linie. Bus 701. Beltheim. 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 Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. So. Ich weiß aber nicht woher. Okay. Machen wir wieder hier ein bisschen so. Jetzt machen wir das Ding aus. Und das an. Gucken erst mal. Wenn wir das dann hier so lang führen lassen. So. Hier. Vielleicht hier so lang. Genau. So. Und dann an der Höhenlinie lang wandern. Und dann hier hinten so ran. Und dann hier hinten anschließen. Und dann hier auch nicht so weit bis dahin. Ist eigentlich praktischer. Und dann mal hier. Schienen. Bahnhof. Der Kopfbahnhof R. So. Zack. Müssen wir hinten noch einen Bahnhof erstellen. Oder? Guck mal. Wie sie hier. Information. Kommen sie an. Information. Information. Ich mach mal hier so. So. Dann müssen wir hier mal ein Stück Straße bauen. So Wieder auch ein Stück Straße Ein Gebäude muss entfernt werden So nicht Zack Okay Schaut alles ein bisschen blatt aus Genau Ich bin ja so an der Höhenlinie entlang Ist das billiger in der Brücke? Ist definitiv billiger Das sind Eisenbrücke können so ein bisschen schade Das ist noch billiger Und das ist auch noch billiger Ich nehme das weil ich da hier billiger komme Zack Mal immer kurzen Abschnitten bauen Zack Zack So Zack Zack Und jetzt müssen wir dahinter Ist ein bisschen unwegsames Gelände Aber ich mach mal hier Ein Kopfbahnhof Mal gucken erstmal Kann man irgendwas anderes verbinden Irgendein anderes Örtchen Hilfs eventuell dann später Elsdorf Ja Wir können ja auch im Durchgangsbahnhof hin machen So Und dort hinten schließt die Gleise an So Geben wir einmal so raus Geben wir einmal so raus Oh Neue Pferdevorwerke Okay Wir haben nicht genug Geld Ja nicht genug Geld Das Geld ist aus Aber es kommt gleich wieder Da ist es schon Nein Nein Tunnel möchte ich nicht So Heimatland Ist das hier so steil Damit Ja Ist das hier so Zit Ja Untertitelung des ZDF, 2020 schade 48 das haben wir los los ja jetzt haben wir es 6, also 6 millionen würde das jetzt kosten reise ich lieber das so nochmal ab und gehe hier runter ja machen wir mal so ok gehen wir noch ein stückchen rein kollision wo ist es ja kollision hallo ich bin da unten das siehst du schon zack wenn wir die linie fertig stellen das zählte nächste folge meine lieben freunde dann bis nächste folge